Die Vulkanisation ist ein 1839 von Charles Godier entwickeltes chemisch-technisches Verfahren, bei dem Kautschuk unter Einfluss von Zeit, Temperatur und Druck gegen atmosphärische und chemische Einflüsse sowie gegen mechanische Beanspruchung widerstandsfähig gemacht wird. Verfahren Zur Vulkanisation wird eine Kautschukmischung bestehend aus Rohkautschuk, Schwefel oder Schwefelspendenden Stoffen wie Z, B, Geschwefel, Dichlorid, Katalysatoren und Füllstoffen erhitzt. Vulkanisiert wird heutzutage meist mit 1,8 bis 2,5 Prozent Schwefel und einer Temperatur von 120 bis 160 Grad Celsius. Dabei werden die langkettigen Kautschukmoleküle durch Schwefelbrücken vernetzt. Hierdurch gehen die plastischen Eigenschaften des Kautschuks bzw. der Kautschukmischung verloren. Der Stoff wird mittels des Verfahrens der Vulkanisation vom Plastischen in einen elastischen Zustand überführt. Der bei diesem Verfahren entstehende Gummi hat gegenüber dem Ausgangsprodukt dauerelastische Eigenschaften, kehrt bei mechanischer Beanspruchung jeweils wieder in seine Ursprungslage zurück, hat eine höhere Reißfestigkeit, Dehnung und Beständigkeit gegenüber Alterung und Witterungseinflüssen. Die Elastizität des Gummiewerkstoffs ist abhängig von der Anzahl der Schwefelbrücken. Je mehr Schwefelbrücken vorhanden sind, desto härter ist der Gummi. Die Anzahl der Schwefelbrücken ist wiederum abhängig von der zugesetzten Schwefelmenge und der Dauer der Vulkanisation. Bei Alterung des Gummis werden die Schwefelbrücken durch Sauerstoffbrücken ersetzt. Der Gummi wird brüchig und porös. Neben der klassischen Schwefelvulkanisation erfolgt die Vernetzung von Kautschuken häufig auch mittels Peroxiden, Metalloxiden oder energiereicher Strahlung. Da die Vulkanisation mit Schwefel die Anwesenheit von Doppelbindungen erfordert, kommen besonders bei Kautschuken, die keine Doppelbindungen enthalten, diese Verfahren zum Einsatz. Metalloxide kommen u.a. bei der Vernetzung von Chloroprin-Kautschuk zum Einsatz. Verbindungen wie die Botulamin beschleunigen die Vulkanisation. Der Verlauf der Vulkanisation kann mit einem Prüf- bzw. Messgerät, dem Vulkanmeter oder auch einem einfachen Reometer gemessen und grafisch dokumentiert werden. Die Vulkanisation von Chloroprin-Kautschuk bzw. Neoprin erfolgt unter Verwendung von Metalloxiden. Darüber hinaus wird aufgrund anderer Verarbeitungsfaktoren die Auswahl von Beschleunigern durch andere Parameter geregelt. Die meisten herkömmlich verwendeten Beschleuniger sind problematisch, wenn CR-Kautschuk gehärtet werden. Als wichtigster Beschleuniger wird dafür Ethylentio-Harnstoff eingesetzt. Diese Substanz ist zwar ein hervorragender und bewährter Katalysator für Polychloroprien, aber sie ist als fortpflanzungsgefährdend eingestuft. Die europäische Gummi-Industrie hat das Forschungsprojekt Seefraber gestartet, um eine sicherere Alternative zur Verwendung von ETU zu entwickeln. Styrolbutadien-Kautschuk und Nitril-Kautschuk können auch rein thermisch vulkanisiert werden. Vulkanisationsbeschleuniger Lehrberuf Vulkanisierung ist ein in Österreich anerkannter Lehrberuf mit einer Lehrzeit von drei Jahren. Gelernte Vulkanisöre Vulkanisöerinnen werden meist im Reifenservice beschäftigt. Aufgrund weitgehender Automatisierung bzw. Mechanisierung in der Reifenherstellung liegt die Hauptaufgabe im Berufsbild in der Reparatur, Wartung und Runderneuerung von Reifen. Geschehen ed